Heute reagieren wir auf ein entscheidendes Spiel von mir, von den 30.000 Trophäen. Auf geht's. Und damit kommen wir jetzt wie versprochen zur Powerliga-Runde noch. Ne, nicht 30.000. Oh, wir haben die 14.000 waren das. Och ne. Oh nein, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ey, ich war auf 500 Trophäen. Ne, auf 400 Trophäen. Total Lust. 150, oh wie peinlich.